Nach dem wunderbaren Klicken von Tobi begrüße ich euch heute wieder zu einer brandneuen Episode Left 4 Dead 2. Ja, liebe Leute, wir geben zu, wir haben ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ist gut, wir haben sehr, sehr verkackt, denn wir haben sehr oft, wir haben uns umgebracht, wir haben gelitten, wir haben gelacht, aber jetzt möchten wir es wirklich diesmal schaffen und viele Kommentare, ja, darauf sind wir alle eingegangen und möchten jetzt wirklich euch beweisen, wir haben das Zeug hier, die Zombies zu vernichten, oder Tobi? Motiviert! Ich muss ja was sagen, naja, auf jeden Fall, wir quatschen immer dabei und so, nehmen das Spiel, wir versuchen unser Bestes jetzt, so das, was wir gesagt haben. Dennis, im Moment, darf ich noch eine Sache anmerken, guck mal bitte, was hier an der Wand steht da unten, nur mal so, ne? Damit wir jetzt uns drauf einstellen. Ja, wir sollten nicht wirklich jede anschießen, also es wird doch schwierig. Genau, und was ich unbedingt sagen wollte, ist, wir spielen auf Fortgeschritten, das muss man auch nochmal sagen. Gibt es eigentlich noch einen Schwierigkeitsgrad drüber? Ja, realistisch, ne? Gibt den Realism-Modus, ich glaube, da bist du nach jedem Schuss einmal nach irgendwie einem Biss schon tot oder so, keine Ahnung. Boah, aber ich dachte, wir spielen auf dem Modus. Toll, jetzt bin ich enttäuscht, ich gehe jetzt. Tschüss, dich auch. Ich folge der schwarze Frau. Bring die Plattform gleich. Was war das? Für die schwarze Frau. So, hey, ich habe Munition, die kam in den Spruch. Ist geil, ist geil. Ist geil. So, auf den, äh, die Map haben wir noch nie gespielt, oder? Nee, ich weiß gar nicht hier, was... Ich bin auch ein bisschen überfordert hier von der Level-Architektur. Ja, ist komplett neu. Ich glaube, hier kommen Witches. Bitches. Also, ich benutze jetzt erst einmal meine Pistole, damit ich gleich noch einen Muni habe. Da hinten in dem einen Raum liegt Brand-, äh, also Explosions-Muni, ne? Da hinten dem... Was ich ja ein bisschen krass finde. Ah, ja, hier. Und einen Medipack, habt ihr alle eins? Ja. Ja. Nee, ich habe kein... Ach, das ist meins, warte mal. Bisschen traurig finde, ist, dass der Sarazar, der Rumpel und der Gronkh, ja, also nichts gegen euch, Jungs, aber... Aber warum sind die erst mal die Schacht gekommen, so, weißt du, was ich meine? Die haben doch nicht mal einen Video-Beweis. Nicht? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ja, aber im Leben nicht. Bestimmt auf normal. Nein, nicht. Ach, nein, nicht. Entschuldigung, ich muss mal husten. Ähm. Oh, oh, Tobi. Nehmen wir alles zurück, was ich gesagt habe. Äh, scheiße. Bin ich vorgelaufen, ich wurde vorgezogen, wenn ich bitten darf, ja? Ja, scheiße. Was denn? Tobi ist der einzige kompetente... Ja, auf jeden Fall. Ich habe es voll vergessen gerade, ich war irgendwie mit den Gedanken dabei, den Tobi zu retten. Warum will die Witch immer auf den Patrick? Äh, die ist gerade auf dich gegangen. Achtung, der Jockey, der geht auf mich. Nein, Smoker. Mit der Pfanne rennt er hier rum, ey. Danke. Ich wollte gerade sagen, das sieht gut aus, dann sind wir... Ah, Mann, Mann, Mann. Ups, Entschuldigung. Hau, ab. Hast du deinen Namen zu hören? Du hast voll in den Medi-Port. Hast du gerade den Zombie mit dem Medi-Port? Alter, Lars. Ach, komm schon. Wollt mich doch nur heilen, du blöder Wichser. Was? Ah. Guck, wie sind die bei Titanfall? Eine Witch. Ich höre eine Witch. Ja, super, genau im Eingang. Ähm. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei, ohne dass die... Doch, die geht jetzt im Klohäuschen. Auf Dixi-Kloh. Ich glaube, sie muss mal. Ich glaube auch. Vielleicht hat die ihre Tage. Ich glaube, ihre Tage. Und weil ich bin auf Dennis' Niveau angekommen, ich sollte mir Gedanken machen. Oh, Entschuldigung, ich meine, andere Let's Player sind ja nicht auf diesem Niveau. Abo, gegeben. Vorsicht! Adrenalin! Ich habe noch einen interessanten Artikel gelesen, kürzlich. Ah, denn? Ja, ne. Du kannst lesen, Dennis? Oh. Und schreiten. Cool. Plan verboten! Oh. Oh, sorry, sorry, sorry. Doch, nicht aufeinander. Hallo? Die macht ein Geräusch, Mann. Äh, das war ich. Ah, okay. Ah! Alter! Ah! Alter, du mit deiner Pfanne immer. Da ist noch einer. Oh, hier ist noch eine Pfanne, geil. Geil. Oh, als hat er mir die Pfanne geklaut. Geil. Ihr Mann hat hier wohl nicht aufgeschreckt, oder? Nee. Oh, glaub nicht. Nein, 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 nein. Mit der Pfanne, super. Alter, hafft Bombe. Ah, pass auf. Wer hat ein Rohrbomben, hebe ich mir lieber noch auf, oder? Du hast gerade eine geschmissen, ne? Ich hab gerade eine geworfen, ja. Auf die! Oh, nein! Jetzt? Tarja. Das ist ein Schalter. Oh, ihr macht das schon. Ja! Boah, der hat mich hier schocken. Dennis braucht Schmerzmittel, wo bist du denn? Das kann doch nicht sein, dass wir schon wieder halbtot sind. Ich hab nicht gut gebraucht. Hier. Ach, doch. Wir müssen aber nachher, wenn wir wieder zurückgehen sollten, um die Medi-Packs zu holen. Jetzt verrate doch nicht, wie das hier weitergeht im Level. Es wurde doch schon tausendmal in den Kommentaren geschrieben. Dass wir aufpassen, dass wir nicht aufgeschleppt werden. Ob das wir, wird großgeschrieben. Ach, guck mal, naja. Was, Tobi, du liest die Kommentare? Keine Acker. Na klar, ich antworte sogar auf Kommentare. Glaubt keiner, ne? Boah, so viel Zettel. Hörst du noch? Du bist einer, immer auf Tobi. Wann gehst du denn zu Radio Darmstadt? Irgendwann im April noch. Echt? Ja. Was? Geil. Hör ich mir auf jeden Fall an. Und dann wird gefickt. Was heißt das? Bitte mit Video. F-Log. Tobi, ich hab dich im Radio gesehen. Was nachladen? Nein, Patrick, einfach gib mal ein. Gesehen. Er wollte lustig sein, aber er... Ja, irgendwie wollte ich gerade fragen, weißt du? Es geht, ey. Der arme Patrick. So, hier war ja wieder ne Witch, ne? Auch passend. Sascha? Du bist überall ne Witch. Da steht sie schon. Bitte. Ja. Was denn? Nix. Oh, Taschen haben wir auf. Wenn der Sascha ein Mann ist, geht der nur ne Hauti mit der Fahrrad. Okay. Ne, warte, der Tobi von einer Seite und der Dings von einer Seite. Ich schau dir ganz bestimmt nicht. Ne, komm, lass mal. Lass das mal den Papa machen. Wir müssen jetzt diese Runde hier mal schaffen. Das geht gar nicht anders. Aber bisher sieht es eigentlich gut aus. Nächste Runde kann man ja wieder scheiße machen, aber jetzt müssen wir das mal schaffen. Echt. Neu Level. Oder oben. Nein, spring nicht. Nein, spring nicht. Nein. Oh. Oh. Tata. Jockey. Tata? Tata. Au. Jockey. Ich bin weg, tschu. Warte, die Witchy direkt vor mir. Wie soll ich denn an die vorbeikommen? Das ist voll die Bratpfanne-Action, ey. Boah, Alter. Bam. Aufpassen, ne, Patrick? Ja, ja. Ich liebe dieses Geräusch. Das ist so geil. Dieses Donut ist echt besser als alles andere hier. Doi. Warte mal, warte mal, hier ist wieder eine Witch. Da oben, da oben im Container ist sie. Hier ist so eine Bratpfanne. Im Container? Oh, geil. Ah, okay, da rechts, okay. Am Container. Hier liegt noch eine Bratpfanne in dem Raum. Will noch einer? Ja, immer. Was ist denn das hier im Raum? Oh, ja. Eine Rohrbombe. Oh, ja. Warte mal. Oh nein, oh nein. Warte mal. Wir könnten eigentlich Musik damit machen, oder? Einmal so. Oh, das war gut. Bing. Oh, daneben. Boom. Da hatte mir die Rohrbombe, der Arsch. Witch. Boah, das war aber knapp. Wo denn? Hier, an der Treppe sofort. Die stand direkt neben mir gerade. Boah, ich auch. Dennis? Ja. Machen wir das Licht aus. Achtung, Achtung. Okay, ey, Leute, Leute. Da ist eine Witch. Boah. Warte mal, ich hatte da... Ich wollte da nur noch kurz hinschmeißen. Hallo, die andere kommt noch von uns zu, von der anderen Seite. Der Taros ist so leise bei mir. Ich renne einfach mal. Tschüss. Ja, geh mal weiter. Hat geklappt. Einfach vorbeilaufen. Halt die Schnauze. Bam, voll die Eier. Oh, dieses Geheule werden wir auch oft auf der Ganskommel hören. Ja. Ich konnte Tobi nicht anfassen. Meinst du, werden wir die Jungfrauen wieder in den Keller sperren? Boah, Dennis. Also manchmal bist du sogar unter deinem Niveau. Das ist doch irgendwie Widerspruch in sich selbst, ne? Ja, lass ihn mal überlegen. Lass ihn mal überlegen. Ja, der, der, die Mutter, die Mutter und der Vater waren eine Person. Ich brauch das mir in die Pack. Ja, ich nicht. Hilfe, 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 lass mich rein. Der Payset braucht er. Komm mal her. Claim-Tit-Anges sagen. Oh ja, danke. Hier. Ach, der rückst dich los von mir, ne? Ja. Bin ich gar nicht gewohnt. Boah! Wo? Ich hab grad einen Stein ins Gesicht bekommen. Oben. Hier. Oben auf dem Gebäude. Was ist da? Wo? Tank, tank, tank. Wo bist du denn? Hinter dem Trailer hier. Warte mal, Curry, äh, Curry, sag ich schon. Warte mal, äh. Auf dem Trailer. Auf dem Dach. Kann man den irgendwie hin... Oh, warte, warte, warte. Alter, ich hasse das, dass... Ohne Witz, dass... Wenn man... Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Geet! Schieß mal auf das Ding, Alter! Oh, das war eine gute Aktion. Das war super. Warte, ich hob dich. Ich hob dich. Ich hob dich. Ich hob dich hoch. Aber letztens gelesen, ähm... Okay, Alma. Wegen Bratwannen ist er sehr resistent. Ernsthaft? Tot. Ja, wenn der direkt vor mir steht. Alter, warum der... Ich hab letztens, äh, auf, auf ne Satire-Seite gelesen. Der Postel Nyon. Ja? Das ist cool, ja. Äh, dritte, ähm... Kulturzeit wurde eingeführt, um über den Berliner Flughafen zu sprechen. Fand ich echt gut. Über die Fertigstellung. Ist kein Medi-Pick mehr? Warte mal, hier ist... Oh, ihr Pimler. Wir sind noch Bomben, Leute. Shotgun! Oh, AK-57. Wir sehen schon wieder so scheiße aus unten da vom Leben her. Ja. Ich hab ja gesagt, ich brauch's... Ich muss da nachher mal bestimmt ein Medi-Pack kommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, das machen wir anders hier. Wenn man den aufzug holen, schmeiß ich gleich mal die Rohrbombe. Hier ist noch eine Ridge-Seite. Ja, ich hab auch noch eine zur Not. Okay, hier ist... Will jemand Pillen haben? Ich hab noch Pillen. Ja, gib mal Pillen. Was sind das für Pillen? Bö. Kann ich dir die nicht geben? Warum? Oh, warte mal. Sag, sei froh, dass ich immer sofort hinter dir laufe. Ich hab extra aufgeachtet, dass du nicht mehr bist. Hier, Tobi, jetzt. Pass auf, ne, da hast du... Du hast drauf spekuliert. Oh, wo sind die beiden? Ah, nein, 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 nein. Boah, Alter. Seid schon ab. Bing. Ja. Oh, ich wollte gerade den Tobi schlagen. Das ist ja wohl noch nicht. Wolltest du schlagen? Ja, ich dachte, wirst du wirklich... Daraus kriegt heute aber nur eins auf die Fresse. Aber richtig. War das gerade Walter Junior Synchro, oder was? Pass auf, Tobi. Cornflakes. Alter, ich bin so langsam. Ja, ich auch. Warte mal hier. Das schaffen wir nie. Ich hätte noch Adrenalin liegen. Guck mal, wie langsam ich bin. Ja, soll ich mal runter, du blöde... Sascha, komm mal her. Geh hinten in die Ecke. Ja, komm mal her, du bist lustig, bis ich da bin. Warum müssen wir eigentlich auf den Aufzug warten? Warum kann man nicht hier am Aufzug einfach runterklettern? Ist doch voll... Das geht nicht, das ist unrealistisch. Nein, das geht nicht. Okay, lass mal. Es regnet. Ja, ich tue jetzt. Drei, zwei, eins. Sascha, gehen wir in unsere Ecke? Okay, ich... Spitter! Boah, ich weiß noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warte, warte. Das war aber ein bisschen grün, ne? Ne, 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 da unten kommen alle. Okay. Das ist gut. Pass auf, hinter dir, Tobi. Was? Nix. Patrick, ich... Tobi, hinter dir sind. Was denn? Oh. Hilfe. Nein. Ja. Das macht Spaß. Tobi. Oh. Geil. Komm, was mit der Wurst? Pff. Oh, der Aufzug ist gleich da. Oh, ja. Äh. Wir wollen mal zurückgehen oder bleiben wir hier? Ne, wir gehen rein jetzt, wir hauen ab. Okay. Achtung, Achtung. Nein, nein, nein. Boah. Oh, Alter, das war ich... Alter, jetzt ist der Aufzug da und da liegt ja die Säure, das gibt es doch nicht. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir. Rat von Action. Ah! Alter. Und weg. Nein, ich drück. Nimm Gas. Das war eine Adrenalin von euch vielleicht. Guck mal, wer der hochklettert. Ich hab schon genug. Darum ist gerade ein Tank hochgeklettert, Leute, ne? Äh, nicht ein Tank, ein Char-Char. So, und jetzt schnell durch dieses... Tobi, du hast ja eine Rohrbombe. Schieß erst mal, ja? Schießen, schießen. So, und jetzt züge los. Aber auch über uns ist ein Char-Char, Leute. Egal. Scheiß drauf. Noch Munition? Am besten auf dieses Ding hier drauf und loslaufen. Was? Haben mir die Packs drin. Was? Was denn? Oh, oh. Äh, wer hat noch nicht? Alle weg. Ich mach schon, ich mach schon. So, der, der Char-Char steht schon da oben. Äh, geht mal auseinander. Oh, da hat gerade einer was von der Witch gesagt. Achso, du bist schon, ne? Bist du schon gehalten? Mach halt dich mal, bitte. Nee. Okay, dann hier auf dieses Ding drauf und dann loslaufen. Genau, das war ganz schnell. Kommt ihr? Durchgehen. Hab ich jetzt Adrenalin weggeschmissen? Ah, ich bin so... Los, lauf, 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 lauf. Hilfe, 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 da ist ein Zombie, Alter. Okay, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Ich auch. Putzen. Ich komme. Oh Scheiße. Braucht ihr Hilfe? Ja. Okay. Rechts ist eine Witch, Achtung. Ah, Tobi! Was denn? Oh, Witch. Nein, ich trete neben der alten. Oh, da sind zwei. Scheiße. Oh, ich bin tot. Was? Ich habe eine... Links berührt aus. Au. Ich habe mich nicht neben mir gesehen. Okay, die ist tot, hat er zwei Stande. Ich bin Sascha, warte. Hier ist aber irgendwo noch eine. Okay, komm, lass uns jetzt auch ein. Rein in den Safe-Rum. Komm, 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 komm. Wo ist der denn? Hier drinne. Oh. Nee. Kommt ihr? Alter. Hatrick? Ja, kein Problem. Ich habe noch volle Energie hier. Naja, ich stehe. Geschafft. Boah, das war ja voll einfach. Warum ist immer so? Guck mal. Oh, endlich. Im Folgenkommand. Meine Damen und Herren. Ja, das war doch eine tolle Folge, oder? Super. Das war die Folge einer... Nee, nee, egal. Erfolgsserie. Eine Abfolge. Doch, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Leftfordert übermorgen um 17.30 beim Tobi Nator, beim Mafuyu X, beim Taros und beim PZ. Bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Tschau. Tschau. Tschau.